Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Just Cause Nr. 3 Und ich sehe auch schon eine neue Basis zum Erobern Ach, ich freu mich jetzt schon Und ich hoffe, die freuen sich auch Jungs, ich bin gekommen, um euch zu befreien Ich glaube, ich setze meine Art Zerlandung an Und tschüss Verdammt Wie ist euer Status? Bitte kommen! Verdammt Weg damit Ach, keiner sieht mich offenbar Das ist aber schade Hm Gut Das ist in der Affineriestation Ich bin hier Ah, Waffen Perfekt Waffens Super Oh Ich mach erstmal das hier Ah, ist das schön Und zack Haha Das war's jetzt mit dem Benzin, ihr Penner So La 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 Wollen wir mal was deaktivieren Kommando los Woa Verdammt Verdammt Boa IchSD Boa Wow Ah! Oh! 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 Und ab mal rum! Aber jetzt nichts. Wow. Wow. Erholen wir uns das mal. Boah. Ah. Ah. AUSCH! Doch mal! Noch mal! Wir schieben Botendrucken der Rebellen. Sorge dafür, dass der Weg frei ist. Wow! Jetzt geht alles in die Luft! Alter Falter! Ach, da sind noch Transformatoren! Ja! Stromausfall! Beiko! Deine Verstärkung kommt! Ist der Weg frei? Moment! Jetzt ja! Ja! Sie identifiziert! Oh, das Tor wieder zu! Oh, das Tor wieder zu! Oh, das Tor wieder zu! Meine Güter. Ich denke, ich fühle mich. Wir haben mich erwischt. So, jetzt legen wir mal richtig an. Zieh nicht in Deckung zurück. Jawoll! Ihr habt alles verloren. Ihr habt so einiges verloren, meine Freunde. Oh, ist das geil. Ihr habt eine ganze Basis verloren. Und da meldet sich das Kapitol wieder. Äh, 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 viva Medici! Ich glaube, der Radiomoderator ist ein bisschen angepüßt von uns. Dass er alles so schön zerstört. Und wir haben Helikoptereskorte hier, das ist so toll. Oh, Helikopter beschützen alles. Wunderbar, ist das toll. Ach ja, eine Basis nach dem anderen gehört wieder uns. Und der General verliert alles. Ist das nicht herrlich? Diese Gerechtigkeit, ich liebe sie. Gut. Ähm, hier war... Da oben war, glaube ich, noch eine Basis. Ich bin mir aber nicht sicher, was für eine Basis das hier ist. Kernwaffe. Ich frage mich, ob wir die zerstören können. Wir können sie wahrscheinlich einnehmen. Das ist bestimmt... Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die einnehmen können. Ich gucke mal eben. Mit einem Helikopter. Den ich mir jetzt bestellen werde. So, Rebellenabwurf. Fahrzeuge. Helikopter. Ich glaube, ich nehme mal den ganz normalen hier. Jawoll. Dann wollen wir uns mal diese große Basis mal anschauen, ganz kurz. Dann darf man eigentlich die Zeit ja noch... ...die da oben auf dem Berg ist. Wo war das jetzt? Äh... Da oben war das, glaube ich, ne? Ja. Da oben ist die Basis. Ich würde sie mir gerne mal angucken. Weil, man kann bestimmt gucken, wie gut sie bewaffnet ist. Das wäre nämlich, schau mal, effektive Spionage. Dann könnte man nämlich schon mal versuchen, einzunehmen. Und dann hätte man sie für die Hauptquest schon mal erobert. Scheint aber riesig zu sein. Oh ja, die Basis fällt verdammt riesig. Sie befinden sich auf... Das könnte Ärger geben. Ich liebe Ärger. Mir wird mir noch nichts angezeigt, ob wir... Doch, da ist nämlich so ein komisches Stealth-Ding. Nicht Stealth, aber... ...ich wird von Bavarium beschützt, offenbar. Ich glaube, ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen werden. Bis dahin geht, bleibt mir... Ne, Quatsch. Nach vier Minuten habe ich Zeit. Ein bisschen kann ich schon für Unruhe sorgen. Ich werde den Hubschrauber welch mal über die Satellitenschüssel abstürzen lassen. Okay, gehen wir. Moment, Moment. Boah. Hat nicht sogar zu viel, offenbar. Von der Bavarium, was? Das ist halt irgendwas mit Bavarium und dann nichts mehr dahinter. Das ist halt irgendwas mit Bavarium. Mist, ich konnte ihn jetzt aber nicht reinjagen. Gut. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt wirklich mal die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.